Wuhu, was war das bloß für ein Wochenende, werden sich die meisten von uns gedacht haben. T-Shirt-Wetter, kurze Hosenwetter und das mitten im November. Die Temperaturen gingen richtig rauf, am Samstag teilweise bis zu 24 Grad im Schatten im Südwesten und damit war es wärmer als auf Malle. Ja und das gibt es wirklich nicht alle Jahre, denn November ist bisher der wärmste November seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Damit herzlich willkommen zum Wochenwetter von Wetter.net. Ja und dieses warme Wetter, das geht auch heute weiter. Im Süden schon wieder Höchstwetter bis zu 19 Grad, dazu ein Gemisch aus Sonne und Wolken und überwiegend ruhiges Herbstwetter. Nicht ganz so ruhig bleibt es im Norden. Dort streift uns ein Tiefausläufer, der bringt ab und zu mal ein paar Regenschauer und später am Nachmittag und Abend, da kann es an der Nord- und Ostküste auch mal Sturmböen geben. Trotzdem ist es auch hier sehr mild, die Temperaturen liegen zwischen 14 und teilweise 18 Grad. Auch die kommende Nacht wird wieder sehr warm, man könnte meinen, man ist irgendwie in einer Spätsommernacht. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 13 und teilweise 8 Grad, dazu im Norden viele Wolken, ab und zu mal ein bisschen Regen, im Süden dagegen meist aufgelockert bewölkt. Ja und die kommenden Tage, die bringen einfach keine Wetteränderung. Es bleibt weiterhin für die Jahreszeit viel zu mild. Am Dienstag 13 bis 19 Grad, am Mittwoch 11 bis 17 Grad, ja und am Donnerstag auch schon wieder 13 bis 18 Grad. Dabei gilt, im Süden setzt sich das ruhige goldene Herbstwetter fort. Im Norden fällt ab und zu aus dichten Wolken mal ein bisschen Regen, hier kann der Wind auch mal auffrischen. Aber wie gesagt, richtig viel Regen kommt nicht runter, im Süden trocken, wobei man hier im Süden unbedingt mal Regen bräuchte, denn die Pegel der Flüsse sind schon auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen und nähern sich mittlerweile Rekordtiefstwerten. Und auch die Tage danach, das kommende Wochenende, es bleibt insgesamt mild. Nur am Samstag gibt es mal kurze Temperaturdelle, da wird es mit 7 bis 11 Grad wohl mal ein bisschen milder, aber schon am Sonntag, da haben wir wieder 10 bis 17 Grad, im Norden Wolken ein bisschen Regen und im Süden, da geht es einfach weiter mit dem goldenen Herbstwetter. Ja, mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, bis am Mittwoch.